das war das umherhängig über blutplätschern zeitlich das ist das was machst du für scheiß geräusche hier bitteschön wie er guckt ok ich bin ein is lackey ich sage dir was du hast das lokalste schützen und ich werde sehen was ich über den server ich kann es remontlich wenn ich in nein du kannst es auf einer separaten network Okay, ein Admin. Ein kopulenter Admin. Um es mal bescheiden auszudrücken. Aber warum lebt er noch? War ja klar, dass er Sheezy Pops ist. Okay, hier ist auch noch eine Packung. Und ein Checkpoint. Der ist aber nicht sehr suspekt. Warum lebt der noch? Das ist hier die Frage. Auf jeden Fall machen wir es einfach mal. Weil wir nichts... Oh, okay, wir sind nochmal rumgegangen, weil wir nichts Besseres zu tun haben als so ein... Ja, alles klar. Hier ist also sein Arbeitsplatz. Behaupte ich jetzt mal. Weiß nicht warum, aber ich rate mal so, ne? Oh, da, ne? Genug Getränke. Hier, Gaylord Magazine, Longo. Okay, jetzt ist also ein... Ein, ähm... Angrapscher. Was wieder Fachausdruck dafür heißt. Auf jeden Fall hatte Alice Wade gelästigt. Das heißt, wieder Metzeltime. Alter, ist alles leer. Bleiben wir mal im Dunkeln hin. Wala, wie viele sind das? Okay. Shoot them in your face. What's up? Oh Gott. Lol. Ähm, ja. Das ging schnell. Oh Gott. Wo müssen wir anfangen? Okay, nicht allzu weit. Da hab ich wohl nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. Hoppala. Das war dann also unser erster Tod. Wir kommen. Das war dann. Das war dann auch. Das war dann. Ah. und 14 schuss pro treffer ich dachte schon von da kommt jetzt einer den gehen jetzt aber ab die leute ich glaube die wollen zum mittag jetzt müssen wir vorsichtiger sein die haben es jetzt in sich nein nein hier ist niemand da hängt er reflexe Ja, hab ich ihn erwischt. Oha. Hey, ich will hier rein. Boah, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ich speichere mal. F5, ja, F5. Jetzt heißt es vorsichtig vorgehen. Das heißt, wir schnappen uns die Pistole. Sie hat ja gute Schützen-Skills. Oh. Oh. Können wir alles andere nicht gebrauchen? Das können wir gebrauchen. Soll ich das aktivieren? Okay. Checkpoint. Wo ist der Idiot jetzt schon wieder? Ja, ist klar. Gehen wir mal hier rein. Hallo. Äh, hallo? Hä? Hä? Laufen wir jetzt gerade im Kreis? Bitte was? Gehört er zu denen? Der scheiß Mapes. Oh shit. Grenade. Grenade. Wow, das war ein geiler Wurf. Wuuuuh. Schlippelgrill. Das funktioniert doch ganz gut. Tja, legt euch nicht mit uns an. Wenn ihr es nicht drauf habt, dann habt ihr es halt nicht drauf. Oh leid. Bekne. We got enemy movement in the server hub and hadden. Roger. Server airform. We have stopped her. Oh shit. Oh shit. Headshot. Ich glaube, meine Vorgehensweise ist ein bisschen rapide, zu stark. Also zu vorschnell. Natürlich, wir erledigen alle Typen und was kommt? Jetzt kommt unsere Nahhut. Geil. Okay, hier ist also der Server-Trakt. Den booten wir jetzt einfach mal neu. Quick Save. Und los geht es. Tschin. Okay, jetzt müssen wir das SSSGDD wie auch mal Team finden. Oh shit. Ich seh' ja nicht. Wo kommt der da rein? Ich seh' ja nichts. Ja, das ist Rambo-Style. Einen anderen kenn' ich nicht. Bin ich grad hierher gekommen? Natürlich. Der MAPES-Gerl war richtig über die Sicherheit, die auf einer jeweiligen Netzwerke sind. Ich kann es unter der Kamera finden, aber ich habe keinen direkten Zugang zum System. Ich seh' mal dieser Kerl. Der hat recht, aber er will uns verarschen, oder was? Das ist mir nicht ganz koscher, Leute. Und das auch nicht. Quick Save. Am Anfang des Spiels kaum genutzt, und jetzt, ähm... Bitte was? Fußspuren, kleine... Ah, sag jetzt nicht, dieses kleine Mädel ist hier. Da oben war was? Ah, Leute, ey. Ich will doch nicht. Alter. Alter, hab ich mich grad erschrocken. Weil meine Hand da sich bewegt hat. Hier ist aber kein Secret Special. Also, gehen wir einfach mal weiter. Ah, in den Rohbau. Natürlich. Klar. Warum sind die hier lang gelaufen? Hier ist doch nichts. Ach. Manchmal verstehe ich die Leute hier nicht. Das sieht doch schon scheiße aus. Hallo? Hallo? Hm. Da ist nichts los. Wen? Ich war von ihr. Und ich war von ihr. Wir sind separat. Aber wir sind eins. ein Fleisch in zwei Körpern? Was? Labbert er denn schon wieder? Für einen Bullshit. Für einen Bullshit. Ich glaube, das macht das Menschenfleisch. Aber von wem redet er? Er sucht doch Alma. Meint er sie? Wie? Und... Wen sollen wir gesehen haben? Ist das kleine Mädcheneimer oder was? Aber es war noch viel zu jung um... Ähm, du weißt schon. Ne? Das musste sein. Warum ist da ein Feuer? Warum? Oh Gott, Leute. Ich... Ich will da gar nicht hin. Ich will da nicht hin. Oh ja, ernst. Okay. Licht an. Und los geht's. What the fuck? What the fuck? Was ist denn? Hier waren wir doch schon mal. Oh shit. What the fuck? Was war das denn? Aber... Ich glaube, ich war zu schnell. She is a prisoner. Floating in darkness. Like the unborn in the womb. Soon I will find her. And I will set her free. Shit. I lost him again. Fuck. Oh scheiße, man. Ist Alma hier von der Rede oder was? Oh nice. Also er sucht ja eine Alma. Sie ist gefangen. Hm. Verste ich nicht. You will find her. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein. Was? Oh mein Gott. Was denkst du, Gin? Es gab viel Angst in der Ruhe. Das ist großartig. Hast du was für ein Wichtiges zu haben? Ich sehe keine Schrauben. Es gibt keine Schrauben im Hintergrund. Es gab keine Schrauben. Dann, was hat sie verletzt? Ich weiß nicht. Ich verstehe es. Alles klar, Junge. Fennel muss sein. Ich bin nicht sicher, wo wir beginnen. Ja. Wie? Nee, hallo. Kleines Mädel. So, wir gehen jetzt. Ach, scheiße. Oh, what the? Bist du blind? Von Facebook? Nee, nicht. So. Mach ich. Wie, du machst jetzt zu. So. Okay. Äh. Ah, alles klar. Intervall 05 inzwischen. Ähm. Die Evakuierung, Bishop. Unsere Situation ist folgendermaßen. Überreste des vermissten SSGD-Teams wurden gefunden. Die technischen. Die technische Offizierin von 4 ist vor Ort und führt die forensische Untersuchung. Du hier. Ja. Super. Der 4-Einsatz-Koordinator hat Pexen Fettel's Palsignal in dem Gebiet geortet. Hier. Direkt vor uns anscheinend. Über den Verbleib des Amakon-Personals ist momentan nichts bekannt. Und. Die Missionen führen sonst kein Fettel abzufangen. Alles klar. Äh. Hallo? Ah. Okay. Intervall 05. Aber ich würde mal sagen. Ich beende mal die Aufnahmen und wir sehen uns in der nächsten wieder. Ciao. Ciao.